hallo leute willkommen zu einer weiteren folge von wowhow ja leute ich habe geladen ich bin jetzt in unserem haus allerdings ist etwas passiert ich sehe da unten gibt es bei mir keine spitzhacke also es ist wohl so dass solange wir das nicht bauen sollen wird es immer wieder beim laden verschwinden also so denke ich kann sein dass das nur ein bug ist oder wir wissen ja wir sind ganz am anfang des spiels also pre beta version das kann man denen verzeihen die müssen was essen am ende so gegessen haben wir aber es ist immer noch nicht viel wir haben sogar unseren fisch verloren oje 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 aber zum glück keine fischfalle das heißt wir haben jetzt unseren fisch hier wir müssen dann jetzt so schnell wie möglich braten ich will auch gleich mal einen bogen machen aufbauen feld gleich mal essen und was trinken kürzoo street weil wir haben kein dach so ein bitte fisch braten so solange das brät das fisch machen wir uns doch mal ans werk und zwar mir wurde gesagt ich soll umbogen kraften ja das ist aber 100 holz spinnt ihr wikinger 100 holz sammeln ich kann mal was trinken solange unser fisch da brät vielleicht ist schon ein paar fisch auch da wir müssen uns wieder heilen ist der fisch schon da sehr gut sehr gut da können wir gleich mal nachlegen ah mein haus brennt man sieht von weitem dass das ganze hier abbrennt gerade hier das gras und so so noch mehr ich hoffe dass das holz ausreicht jetzt essen wir was nee ich will was essen lecker fisch kommt schon essen und essen und kommt schon das ganze spielten hier dann nochmal spielten dann nochmal spielten so leute ich will mich auch entschuldigen wegen gestriger folge es ist irgendwie irgendwas passiert ähm in dem sinne dass ich die nicht bearbeiten könnte und ich musste sie so hochladen wie sie halt war und deswegen ist es so eine qualität also heute versuchen wir alles so gut wie möglich zu machen so jetzt erstmal gegessen haben wir jetzt gehen wir mal holz hatten weil wir brauchen bogen und ähm und ähm unser wand steht noch nicht mal also einer fällt noch so also gehen wir und ich habe schon wieder ich habe voll schieß von denen ich will mir ein schutzschild noch bauen also ein schild ich meine an dem hier aber da brauche ich ein iron mal holz mal holz da sehe ich schon steine sieke da aber da ist jetzt mein wirftel nie da die steine klopfen kann so ok ich glaube es ist zeit den bogen zu kraften dann paar unis und zwar standard oder animal fat habe ich auch nicht alles ist verschwunden mist ja flammeln also die brennen wir machen mal ein paar standards so ok haben wir jetzt noch mehr holz sammeln weil ich jetzt die so wandert fertig haben will außerdem ich will noch etwas gucken Leute ich will schauen ob wir äh aua ok 20 pfeile muss ich machen ich glaube ich habe 21 gemacht also passt das auch ähm wir haben jetzt einen bogen ich weiß nicht ob ich hier jetzt die hier rein machen muss aber ich will auch mal gucken wie der bogen so ausschaut das problem ist hier gibt es keinen punkt oder so womit wir zählen können ja vielleicht habe ich das ausgeschaltet Moment ich will da hoch ich will da hoch kommen da ist ein baum dann will ich fällen dann will ich fällen wieder dunkel oder was wird es winter dunkel oder was wird es winter dunkel ok dann gehen wir zu uns nach hause wie viel bogen haben wir minus drei Wut ein bogen es kommt es kommt hoch ich glaube uns reicht das Holz doch nicht aus und es ist noch nicht dunkel also ich gehe mal holz hacken man muss hier ziemlich viel holz haben am Anfang aber zum glück ist das bett nicht verschwunden sonst hätte ich das gar nicht laden können an unserem Haus ich hätte das laden können irgendwo aber nicht an unserem Haus auch äpfel 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 oh wolf dich mache ich doch alle zum glück sind sie so verbacken apropos wir können jetzt flammende äh pfeile machen also ja also ja wir haben jetzt fett das heißt wir können jetzt ähm flammende pfeile machen so jetzt wird es wieder dunkel wir müssen wieder zu uns nach hause und ähm Feuer einschneiden weil man sieht dann nichts mehr wie gesagt die Fackel die spinnt ein bisschen wie hat da Asterix gesagt die Roma die spinnen doch so ich brauche noch Fleisch Fische wir braten mal ein paar Leute wir braten mal ein paar Fische ich hab alles ist weg ich glaube Leute wir müssen mal eine Kiste bauen alles in die Giste rein und ich hoffe dann wird es alles ähm weil ich hab die ganze das ganze Flax gesammelt ne und das Problem ist das ist alles weg ich will was machen Leute und zwar ich will mal gucken Destroy Tee ok weil ich hab hier was falsch gemacht ich will hier an Tee und ne das ist nicht da und kann ich jetzt das destroyen ach man es ist so dunkel Feuer machen aber erstmal ähm bauen und zwar hier diese Wandchen will ich haben und zwar hier so jetzt haben wir das ähm ich will ich werde gleich sehen was ich eigentlich will ich will das zerstören so jetzt braten wir mal das Fleisch splitten wir mal das Holz dann nochmal lege ich das ganze Holz hier rein und dann nehme ich mal rein so damit es ein bisschen hell ist ähm ich würde gerne hier ähm hier hinten zerstören und zwei Fenster machen ja das möchte ich mal machen so im Dunkeln ich sehe hier rein gar nichts mehr wenn ich nicht am Feuer stehe ne hier sieht man nichts mehr die Frage ist kann ich das Feuer Moment ich hab doch den Hammer in der Hand ne ja Kuh drücken ja äh ich will mal gucken ob man das Feuer also ok es fällt Holz ok dann gehen wir Holz sammeln aber ich bleib mal ein Feuer hier stehen ähm also kurz erklärt Leute ähm ich würde gerne erstmal die Fenstone bauen dann würde ich gerne ähm ich hoffe Leute ich hoffe dass das ganze eigentlich weiter geht mit dem ähm Pfeilekraft ja warum geht es eigentlich nicht weiter hier muss 21 die Arme machen so wie sieht es aus ja 8 habe ich aber ich brauche 20 wir müssen diese Nacht überleben 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 ein Fleisch überlebt nicht ähm so wir haben neun Pfeile also noch 10 brauchen wir Ich brauche noch das erste Mal. Gut, wir können auch Flammenpfeile machen. Ich glaube, ich mache das sogar Leute. Ich habe ja Fett. Fett, Fett, Fett. Wir machen auch mal 6. Anne Murfett. Ich habe ja. Moment. Leute. Warum? Warum geht es nicht? Ey. Moment. Leute. Ist nicht witzig, was du da gerade gemacht hast. Finder. Ja. So. Wie? Schnell Splitten. Nein. Noch mehr Splitten. Vorher entschuldigen. So. Jetzt. Ähm. Ja, ich weiß Leute. Äh. Das machen wir jetzt. Ne, machen wir später. Spiel. Ich will erstmal. Leute, ich will erstmal Munition machen. Ähm. Ähm. Diese Ammo. Ja, jetzt geht's. Kann 6 Pfeile machen. Mit Flammen. Wie sieht's aus. Wie sieht's aus. Ja, wir können noch ein paar. So. Oh. Okay. Das können wir jetzt. Ausmachen. Das ist wieder hell. Warum? So. Wir sind die. Warum? Warum? Okay. Los geht's. Also. Wir haben hier alles gemacht. Jetzt will ich hier zerstören. Ähm. Und außerdem. Ich brauche Holz. Und ich muss was trinken. Und ich gehe mal Fallen machen. Ähm. 14 habe ich insgesamt. Okay. Fisch. Mal ein Fisch. Nehm ich mal mit. Ähm. Was müssen wir jetzt machen? Wir müssen eigentlich Holz sammeln. Ich will jetzt die Kiste abnehmen. in der Folge noch machen. Ähm. Ähm. Ich will die Sachen mal reinpacken. Und gucken. Dass wir nächstes Mal. Ähm. Ich hoffe. Dass mit der Kiste. Auch die Sachen da bleiben. Solche wie. Ähm. Unser Fisch. Und so weiter. Also. Ich hoffe. dass das ganze auch dort bleibt. So. Holz. Ich will keinen Gegner. Entdecken. Nur Holz. Okay. Da sehe ich schon. Eisen. So. Okay. Jetzt Kiste bauen. Und dann verabschiede ich mich von euch. Leute. Etwas kürzere Folge. Ich mache mir immer Sorgen um den Speicher. Weil davon habe ich nicht viel. Also. Wenn ich aufnahme einen Speicherplatz. Ähm. Ich hoffe. Er hat's gefallen. Wenn ihr ja wisst. Was zu tun ist. Leute. Mit Like. Und Kommentar. Hilft ihr nicht nur mir. Sondern. Ähm. Ja. Dass man ein Video. Auf alle anschauen kann. Und. Ähm. Vor allem. Ich kann dann sehen. Dass euch das Spiel interessiert. Ja. Ja. So. So. Jetzt machen wir uns mal schnell. Eine. Kiste. Eine Kiste. Moment. Okay. Holz habe ich ja. Hm. Also Holz haben wir ja. Also können wir da. Schön und ruhig eine Kiste bauen. An unserem Bett. Hier so. So. Meine Kiste ist gebaut. Jetzt können wir hier alles ablegen. Nein. Nicht essen. Ablegen. Ähm. Vor allem die Pfeile. Ne. Die müssen ja. Ähm. Fläschli geschaften. Und gebrauten. Fischli geschaften. Warum kann ich die nicht. Ähm. Zusammen machen. Ähm. Die lege ich auch ab. Die lege ich auch ab. Ähm. Das auch. Ich hoffe jetzt bleibt es auch hier drin. So. Ähm. Ist jetzt die Aufgabe. Ne. 18. Noch zwei Pfeile. Muss ich machen. Machen wir noch zwei. Klaften. Dann sind wir. Bei der nächsten Aufgabe. Da gucken wir was uns da erwartet. Hier nochmal. Sollten wir jetzt. Das ganze auch. Gemacht haben. Ne. Sollten wir jetzt. So. Wir haben es. Ähm. Wir haben das. Ähm. Building them for. Fold. Also wir haben nächstes Mal. Ziemlich viel zu bilden. Fortration. Doorframe. Door. Door. Das habe ich aber alles schon gemacht. Das habe ich aber alles schon gemacht heute. Mh. Da muss ich überlegen Leute. Da gucke ich mal offscreen. Ob ich das ganze zerstören kann. Ähm. Und. Ähm. Dann. Bilden wir das neu. Das Haus. Okay. Ansonsten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Roland Holt. Äh. Haut rein. Ciao.